SKUK HAPPERT Ich bin da reingegangen, so, ey, yo, was geht? Ich so, warst du das denn mit dem Bassboost? Ich so, ja. Ey, Mama, nochmal. Ich so, oha, und das ist kein Soundboard. Ich so, ne, guck. Wahrscheinlich hat jeder gefragt, das ist ein Soundboard. Doch, ohne Scheiß, dann hab ich gesagt, ne, das bin ich. Oha, wie geil, wie machst du das? Erzähl mir. Das Mikrofon in die Schnitzhalle und einfach Plausen, wie ihr wisst. Das kann deine Mutter am besten, dann bin ich gegangen. Wir müssen wirklich so Fake-Bewerbungen machen. Deine Mutter ist ne Fake-Bewerbung. Alles klar. Haben wir genug getrollt, das Internet? Komm, noch N-Server, noch N-Server. Okay, einer geht noch. Musst du in die Treppen da unten kommen? Ja. Hey, Fabian, du hast nicht die Treppen genutzt, um sondern den aufzuhören. Oh, warte, 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 warte. Warte, wo ist hier der Channel? User left your channel. User left your channel. Jetzt warst du immer ja jede Ball drin. Ich muss die Treppe benutzen. Die Leiter nur unrecht. Hallo, wir warten nur auf unseren Freund. Da, der kommt da. Ja. Get out. Get out. What? Are you crazy? What? What? What's up, bitch? Ach so. Das ist nämlich das erste, was wir machen. Das war ein neunjähriger Junge. Alter, das war so ein dreijähriger Junge. Alter. 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 Alter, der war wahrscheinlich zehn, Alter. Alter, der wird das ist... Das wird den auf sein Leben, Alter. Ja, aber wirklich. Fabian, bin er mit der Sie, Alter. So, jetzt war aber wirklich genug, oder? Ja, ja, ja. Jetzt genug, äh. So, okay. Dankeschön, war ein schönes Video. Jo, Leute, was geht ab? Hier ist wieder Viewing Place nach sehr langer Zeit. Ich habe wieder beschlossen, mit Minekraft anzufangen.